Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 7. September 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily und heute habe ich die folgenden Themen für euch dabei. Webcam mit HDMI, Philips Hue, Open Source, Acer, Statusmeldungen und Tech Talk. Ich beginne gleich mal mit dem ersten Thema und das sind Webcams über HDMI. Sprich eben nicht Webcams, sondern normale Kamera, die man als Webcam ansteuern kann. Da haben immer mehr Hersteller nachgebessert, unter anderem vor allem auch wegen Corona. Canon Fujifilm, Olympus und Panasonic sind deren, die jetzt mittlerweile Lösungen für Mac und Windows anbieten. Das zweite, respektive erste, die Mac-Plattform wurde bei allen zuerst nicht bedient. Mittlerweile gibt es für alle diese Hersteller auch die Möglichkeiten. Welche Modelle das sind, das habe ich wieder mal nachgetragen und den Artikel geupdatet. Link dazu auf daily.geektalk.ca und oder in den Shownotes des Podcatchers eurer Vertrauens. Weiter geht es mit Philips Hue rund um die IFA, welche über das Wochenende, letzte Woche von Donnerstag und bis und mit Mittwoch, ich bin nicht ganz sicher, ob es dieses Jahr auch bis Mittwoch geht, in sehr dezimierten Zuständen stattfindet, hat Philips Hue neue Geräte vorgestellt. Das sind Lampen. Zum einen sind das die sogenannten Iris. Ich habe hinter mir so eine stehen. Die gibt es jetzt schön mit Kupfer und Gold und Rosa und Silbern. Ob die schön gestaltet, ob das bei mir hier jetzt da ist, drin habe, auch passen würde, weiss ich nicht, weil ich ja da den blauen Effekt haben möchte und da stört dann vielleicht sowas. Aber auf dem Tisch oder irgendwo auf dem Gestell gegen eine Wand, definitiv eine schicke Geschichte. Dann haben auch Filament Birnen ein Update bekommen und auch die normale weisse Birne. Wer sich dafür interessiert und da investieren möchte, sollte sich das mal anschauen. Und sonst, ja, ich nehme an, die Preise der aktuellen Gerätschaften aus dem Hause Philips Hue werden sicherlich bei meinem oder anderen Elternmodell nächstes Mal angepasst. Weiter geht es um die Schweizer Community, nicht Community, Messaging-Geschichte. Threema, die hat nämlich jetzt einen grossen Schritt gemacht. In den nächsten Monaten wird die ganze Software, die ganze App in Open Source erscheinen. Bis anhin hat man das Ganze immer extern testen lassen und somit aufweisen können, dass das Ganze sicher ist. Jetzt mit eben der Open Source-Geschichte könnte das ganze Projekt nochmals deutlich Fahrt aufnehmen. Ein anderer wichtiger Faktor ist sicherlich, dass auch bald kommen soll, die Mehrgerätelösung. Denn was ich an Telegram unter anderem so mag, ist, dass ich da auf allen Plattformen, wo ich gerade lustig bin, darüber kommunizieren kann. Und das möchte ich auch sowas bei Threema haben. Auf jeden Fall. Wir dürfen mal gespannt sein, wie das vonstatten geht und wenn es soweit ist. Dann hat an der IFA auch Acer neue Modelle vorgestellt. Und wie fast jedes Mal in den letzten 4-5 Jahren waren das die Swift 3 und Swift 5 Geräte, die sie upgradet haben. Am besten schaut ihr mal im Pokipsi.ca-Blog vorbei. Da habe ich schon zwei der Geräte ausführlich für euch getestet und beide sind nach wie vor bei uns im Betrieb. Die haben jetzt mittlerweile die neuesten Intel i5 und i7 Prozessoren der 11. Generation integriert bekommen. Der Akku wurde nochmal ein bisschen aufgebohrt und das Ganze auf leichten 1 Kilo liegt sicherlich auch unter anderem verwendeten Material. Hier kommt nämlich Magnesium, Lithium und Magnesium, Aluminium zum Einsatz und die Scharniere etc. Also wie gesagt, schöne Geräte zu einem tollen Preis mit angenehmer Technik drin. Weiter geht es mit Google Maps und da gibt es Neuigkeiten. Nachdem wir in letzter Zeit ein paar Geschichten mit Warnsystemen hatten, kommt heute mit ein bisschen KI dazu beim Bereich Verkehrsprognosen und Routenbestimmung. Wer sich also navigieren lässt, der dürfte in Zukunft weniger in Stau kommen, denn Google möchte mit KI da einiges vorausberechnen. Es berechnet die historischen Daten, welche sie auf der Strecke gesammelt haben, zusammen anhand von der Tageszeit, vom Wetter etc. Und so weiter können sie da dann anhand der Daten errechnen, ob es potenziell wieder zu Stau kommen könnte und im Notfall euch übers Land ausweichen lassen, wenn ihr euch jetzt auf einer Autobahn befindet. Logischerweise basiert das auch auf Nebenstrassen und auf Hauptstrassen. Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das niederschlagen wird und natürlich, wie das bei uns in der Schweiz funktioniert. In den USA haben sie natürlich deutlich mehr Daten, was das Ganze anbelangt. Da dürfen wir wirklich gespannt sein. Weiter geht es mit TikTok. Bis zum 15. September hat ja Herr Trump dem asiatischen Medium Zeit gegeben, sich zu verkaufen. Und da war ja Microsoft, da war Walmart, da war Twitter, Oracle und noch so einige im Gespräch. Und anscheinend, zumindest behauptet das der Sender CNBC, soll sich in Käufe gefunden haben. Das Ganze soll sozusagen schon unter Dach und Fach sein. Wir werden es nicht am Mondtag erfahren, weil Montag, also heute in Amerika, der Labor Day, ein gesetzlicher Feiertag ist. Am Dienstag, also in der nächsten Daily, solltet ihr es, oder übernächsten wahrscheinlich, solltet ihr es dann erfahren können, wohin TikTok verkauft wurde. Also zumindest das amerikanische, australische und, was war es noch? Englische, kanadische, irgendein anderes Bereich. Ja, Neuseeland, genau, das war es. Somit, das waren es die Neuigkeiten, die ich euch für den Wochenstart habe. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in diesen Tagen, ihr habt einen erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder, pünktlich um 4 Uhr. In diesem Sinne, bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.